Ja, ich gestorben, das, also, ja, es gibt nicht, es gibt sicher schlimme Russen, nein, okay, doch, ähm, ich weiß nämlich was, aber ich glaube, das suchen wir jetzt am besten nicht auf YouTube, denn das wird sonst gesperrt. Das hat sogar gepasst mit den Worten. Leute, Leute, ich habe den Song erst einmal gehört, wir ziehen uns jetzt den legendären, ja, krasser Witze, ähm, eigentlich will ich das jetzt nicht gucken, so, eigentlich, ne, so, Leute, wir kennen uns jetzt, ich habe, ich habe extra versucht, ich habe versucht, es zu verweigern, seid ihr bereit, ich will das nicht anmachen, ich versuche das hier rauszuzögern, damit ich das irgendwie nicht anmachen muss. Ah, los geht's, Katja, babe, ey, okay, das, ich kann in Texas halbwegs so, wegen Kyle Horst, die hat ja eine Parodie dazu gemacht, ne, los geht's. Nein, stopp, ich kann das nicht mehr, Alter, Dega, das war zu viel, Alter, hat schon gesehen, man hat schon, man hat schon fast die Schulter gesehen. Ich will das echt nicht, ich will das echt nicht ver- Mmmmm. Bam, 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 Dega, das ist so ein sinnloser Text, Alter, dieser, dieser Song ist kacke, er ist einfach nur kacke. Digger, Digger, warum, warum? Ah. Ah, ich weiß, du magst meine Pussy, Pussy, mein erstes Wort als Baby war Gucci, Gucci, so. Neutral, subjektiv, wir wollen natürlich nicht vor allem hier in diesen Song hineintreten und deswegen geben wir natürlich dem ganzen Song eine Chance. Digger, wir sind noch fast über zwei Minuten nicht mehr reinziehen, wo uns... Ich will nicht... Puh... Aus geht's. Ich kann's ja nicht... Oh mein Gott, Alter, was ist das? Die läuft da auf einer Straße rum, da sind Leute, die müssen sich auf Autofahrt konzentrieren, Alter. Ich weiß, du willst Sex, Babe. Ey. Ey. Wenn hast du mich schlecht. Du laufst meinen Weg. Du laufst meinen Weg. Sechst dich. Ey, ey. Ey, ey. Und wir halten die ganze Nacht. Rababam. Digger, der Motorradfahrer gönnt sich die komplette... ...hundertprozentigen Blick, Alter. Jan, das haben wir in der Schule geschaut, Digger, was, Junge? Am besten der Lehrer hat das noch angemacht, ne, Alter? Tsk. Pfff. Pfff. Tsk. Weiter geht's. Oh, Junge. Küche, Schlafzimmer, dann auf meine Riesencouch. Ich mach... Warum kommt die näher? Ich will, dass du 10 Meter wegbleibst, Alter. Ich will das nicht sehen. Ich weiß, du willst... Das Autos gönnt sich einfach alles, Junge. Da steht da schon locker seit 1 Minute. Alter, was geht denn da ab? Das ist so Fremdjam auf einem anderen Level. Nein, warte. Okay, nein. Okay. Ba-ba-bum! Oh. RIPBET. Oh, oh. Nein, nein. Das kann ich mir definitiv nicht nach diesem Song, Alter. Was ist das? Okay. See you next time.